Okay, das war's dann erstmal für heute. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich wünsche uns allen ein peterisches 2013. 2012 hat mit dem Protest der Flüchtlinge ja ganz gut angefangen. Und das hat uns alle ermutigt und unterstützt. Und wir wünschen uns ein ganz tolles peterisches 2013. Vielen Dank. Und noch zum Abschluss ein kleiner Hinweis. Heute früh um vier Uhr. Noch etwas ist in Wien das Flüchtlingskampf brutal von der Polizei geräumt und satt gemacht worden. Deshalb wird uns kurz nur eine Spontaktkontgebung von der österreichischen Botschaft in der Storffbergstraße Nummer 1 statt. Vielleicht reicht am besten von hier aus einfach hin. Tiergarten, Storffbergstraße, Storffbergstraße 1. Tiergarten. Tiergarten, genau. Und danke für das zahlreiche Erscheinung. Wir haben uns das letzte Mal hingegangen. Wir haben uns das Neue Kräste an. Oh, Gott. Wir haben die sich schon ganz high mit dem Position.